hallo youtube hat auf das neue kommentar system umgestellt und damit viele nutzer eiskalt erwischt naja zumindest uns haben sie eiskalt erwischt denn gestern haben wir dazu noch ein video online gestellt bezüglich des fehlers hat sich aber inzwischen geklärt war kein fehler war absicht im ersten moment konnte ich gar nicht schnell genug mein finger in den hals stecken um endlich zu kotzen aber gut ich denke wir werden uns bestimmt alle anpassen unser problem besteht halt nur darin dass wir von jedem kommentar eine e mail bekommen und die werden bei uns gefiltert und auf also die unterhaltungen zwischen den nutzern die bekommen wir nicht bzw die werden rausgefiltert und bei uns gelöscht aber die ganz normalen die ersten kommentare sozusagen die bekommen wir alle und die lesen wir auch immer noch alle es dauert nur halt immer länger mit unserer beantwortung wir sind da durchaus eine woche oder zwei im rückstand das blöde ist halt nur jetzt mit diesem neuen prinzip und alten prinzip können wir auf die alten e mails überhaupt nicht mehr antworten das heißt die können wir jetzt alle auf einen schlag löschen weil wir können nicht mehr darauf antworten wenn sie also da irgendwas wichtiges gefragt haben ja dann stellen sie die frage einfach noch mal vorausgesetzt sie sind jetzt bei google plus denn sonst scheint das wohl immer noch nicht wirklich zu funktionieren naja aber wir werden uns schon dran gewöhnen aber es gibt natürlich auch gute neuerungen zum beispiel hier bei den kommentaren ich möchte jetzt hier einen kommentar schreiben klickt da rein habe hier die möglichkeit die öffentlichkeit zu beschränken erstmal drauf gedrückt kommt da direkt öffentlichkeit ein rein heißt also jeder kann meinen kommentar lesen das können wir aber einschränken zum beispiel eben hier auf die entsprechenden kreise die wir bei google plus angelegt haben dann können das halt nur die leute lesen was sicher durchaus nicht unwichtig sein kann für die ein oder andere unterhaltung wenn wir das hier natürlich so eintragen dann muss man natürlich die öffentlichkeit danach rausnehmen denn wenn wir beides drin haben ja das schließt sich ja gegenseitig aus insoweit das mal durchaus sinnvoll ob andere sachen sinnvoll sind hier jetzt mal gezeigt ja ich schätze mal da wird sich google früher oder später mächtig aufregen und das dann wieder irgendwie beschränken ansonsten haben wir noch hier ganz tolle ascii grafiken kann man sich dann hier so schön durchlesen und natürlich er darf hier auch nicht fehlen da können die zuschauer doch mal wieder richtig kreativ werden ok so 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 so